Das ist zum Beispiel auch so ein Ding, die Sixers sind in ihrer eigenen Halle, liegen mit 10 oder 12 oder was auch immer zur Halbzeit zurück und schaffen das nicht einmal überhaupt einen Run zu starten, der sie wieder zum Gleichstand bringt. Was geht ab, Freunde? Das hier ist der Spielbericht zu Game 5 zwischen den Sixers und den Raptors. Wenn es eins gibt, was ich nicht mag in den Playoffs, ist, wenn ein Team sich nicht anstrengt, beziehungsweise wenn ein Team von der anderen Mannschaft einfach komplett outmatched wird von deren Energie und das passiert jetzt schon seit zwei Spielen bei den Raptors und den Sixers. Die Raptors sind nach Philadelphia gegangen, wo jeder gesagt hat, ey, in Philly, die Sixers machen das zu. Stattdessen haben wir einen Blowout. Die Raptors gehen jetzt mit zwei Siegen in Folge zurück nach Toronto. Game 6 wird bei den Raptors in Toronto stattfinden. Ich sehe im Moment ehrlich nicht die größte Chance, dass Philly Game 6 in Toronto gewinnen könnte und dann geht die Serie wieder zurück und wir bekommen wirklich ein Game 7 bei einer Serie, die eigentlich nach vier Spielen hätte zu sein sollen. Das ist ridiculous. Fred Van Vliet spielt nicht mal. Es gibt ein paar Gründe, warum Philly jetzt wieder verloren hat. Das erste ist, wie gesagt, die Energie und einfach insgesamt die Intensität auf dem Feld. Die spüre ich bei den Sixers im Moment überhaupt nicht. Der zweite Faktor ist natürlich Joel Embiets Verletzung. Das darf man nicht runterreden. Er hat Schmerzen. Man sieht ihm das an auf dem Feld. Er ist nicht der Scorer, der er normalerweise ist. Er war in diesem Spiel überhaupt nicht der Verteidiger, der er normalerweise ist. Kommen wir auch gleich dazu. In den Highlights werden wir ein paar Szenen sehen, wo er einfach von Precious Achua zerstört wurde, um ehrlich zu sein. Und insgesamt vom ganzen Raptors Gameplan. Aber das zeige ich euch dann in den Highlights. Ein weiterer Grund war, dass absolut gar kein Scoring von der Bank in diesem Spiel kam. Aber für mich einer der größten Gründe, über den wir einfach mal reden müssen, ist das Thema James Harden. Der gute Mann hatte gestern Nacht 15 Punkte bei 4 von 11 aus dem Feld, 2 von 6 von der Dreierlinie. Über diese gesamte Playoff-Serie ist er aktuell bei 18 Punkten im Schnitt, 9 Assists. Okay, gegen die 9 Assists kann man natürlich nichts sagen. 37 Prozent aus dem Feld, 38 Prozent von der Dreierlinie. Was ist mit James Harden passiert? Der Mann kann nicht mehr abschließen am Ring oder in der Midrange oder sonst irgendwo. Alles außerhalb der Dreierlinie, nee sorry, alles innerhalb der Dreierlinie ist für den mittlerweile einfach ein Problem. Er kann nicht mehr scoren. Er hat überhaupt keinen Lift, also er hat überhaupt keine Sprungkraft. Wenn er zum Korb geht, wenn er zum Ring hoch geht, er wird entweder geblockt oder er verlegt das Ding. Er kommt nicht an die Freibuflinie. Joel kommt auch nicht an die Freibuflinie. Ich will jetzt nicht sagen, es liegt nur an dem einen Spieler, aber wir dürfen halt nicht vergessen, James Harden ist ein freaking All-Star. James Harden galt mal als der größte Scorer aller Zeiten möglicherweise, wo ich damals schon gesagt habe, so hold your horses, das ist ein bisschen zu krass. Hold your horses übrigens direkt aus dem Greenline-English-Buch. Aber was macht er gerade und was macht er überhaupt diese Saison jetzt bei den Sixers und auch letzte Saison oder vor dem Trade bei den Brooklyn Nets? Ich verstehe es einfach nicht, wie ein Superstar so krass abrutschen kann und wir hören ja auch gar nichts von ihm oder von seinem Camp, ob er vielleicht auch eine Verletzung hat, ob bei ihm irgendwas nicht stimmt. Stattdessen sehen wir ihn jede Nacht. Er hat jetzt in fünf Spielen nur zweimal über 20 Punkte gescored. Das ist ein Typ, der früher 30 Punkte im Schnitt gemacht hat. Ich will jetzt natürlich nicht nur negativ über Philly reden, weil die Raptors verdienen sich diese Siege. Die haben den Sieg in Game 4 sich verdient, die haben den Sieg in Game 5 sich jetzt verdient und die haben ein sehr interessantes Basketball-Konzept, über das wir gleich sprechen und was wir uns angucken. Aber die Sixers sind das bessere Team und die Sixers sollten so ein Game 5 zu Hause bei sich 100% closen können, wenn sie 3-1 führen. Zumal Fred Van Vliet, einer der wichtigsten Raptors-Spieler, nicht mal auf dem Feld steht. Also, lasst uns in die Highlights reingehen. Ich werde, wie gesagt, euch ein bisschen versuchen, meine Interpretation des Gameplans von den Raptors zu erklären, vor allem in der Offensive. Hier ein Lazy Pass von Harden. OG macht das ganze Ding dann rein. Aber ich bin eigentlich mehr interessiert an der Halbfeld-Offense. Ja, okay, lassen wir noch länger laufen. So, also die Halbfeld-Offense der Raptors sieht man hier eigentlich schon ganz schön. Es war die ganze Zeit darauf ausgelegt, dass man den Beat komplett nach draußen zieht. Also, es war eigentlich immer ein Five-Out. Embiid sollte dann rausgeholt werden. Der Ball ging meistens in die Corner oder an die Dreierlinie insgesamt, so wie jetzt hier. Embiid wird rausgeholt und dann entweder ist er zu langsam im Closeout und man nimmt den Dreier, wobei die Raptors den auch nicht so gut getroffen haben in dem Spiel, oder man schlägt Embiid im Drive, was normalerweise nicht so häufig passiert. Aber in diesem Spiel, er hat selber danach gesagt, er war trash in der Defense. Und normalerweise sage ich sowas nicht, aber er war wirklich nicht gut in der Defense. So, holen wieder Embiid raus. Und das ist halt einfach, das ist einfach lazy. Also das, oder Misscommunication, ich weiß nicht, weil er hebt hier fragend die Arme. Aber ich meine, was ist das denn für eine Defense hier von den Sixers? Also das ist doch nicht die Schuld von Tobias, oder? Das ist doch die Schuld von Embiid. Also so oder so, defensiv katastrophal, was die abgeliefert haben. Er verliert den Ball. Man denkt hier, wir sind in den reinen Raptors-Highlights, aber so war einfach das Spiel. Sie haben keinerlei Intensität gehabt. Sie hatten zu viele Turnover. Ab und zu hatten wir mal solche Aktionen, aber die meiste Zeit wirklich waren die Raptors einfach vorne. Also das erste Viertel geht sogar, glaube ich, noch einigermaßen ausgeglichen aus. Das war ein schöner Pass zum Beispiel von Harden, der auf Tobias in der Corner. Aber im zweiten Viertel, was haben die da gemacht? 15 Punkte oder so. Haben auf jeden Fall, ja, dann die Raptors einfach wegziehen lassen. Und die Raptors haben diese Führung nie wieder hergegeben. Das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Die Sixers sind in ihrer eigenen Halle, liegen mit 10 oder 12 oder was auch immer zur Halbzeit zurück und schaffen es nicht einmal, überhaupt einen Run zu starten, der sie wieder zum Gleichstand bringt oder der sie mal in Führung bringen könnte. Ich meine, wir sind in der heutigen NBA. Wir sind in der NBA nach der Dreier-Revolution. Eine 10-Punkte-Führung bedeutet doch heute überhaupt nichts mehr. Eine 20-Punkte-Führung bedeutet heute kaum noch was. Und dass die Sixers dann nicht einmal überhaupt wieder rangekommen sind. Ich bin gerade echt negativ, das ist mir klar. Aber ich habe auch wirklich richtig krass was dagegen. Hier ist auch wieder das Gleiche. Man zieht Embiid raus. Precious attackiert dann. Seht ihr das? Die haben halt hier Five Out. Alle stehen draußen. Joel muss da natürlich raus. Und Precious macht einfach einen kleinen Fake und kommt dann zum Korb. Also sie ist Jamex Embiid. Embiid total rausgenommen in der Defense. Offensiv. Was hat der ja irgendwie? 22 oder so ist jetzt auch nicht die Welt. Und nach wie vor spielen die Raptors halt dieses System, über das wir geredet haben. Nämlich, dass sie einfach fünfmal den gleichen Spieler mehr oder weniger auf dem Feld haben. Außer Precious, der halt schon mehr in Richtung Big Man geht. Aber du hast eigentlich vier Forwards, die alle das Gleiche spielen. Du hast Scotty Barnes endlich wieder, den man auch nicht unterschätzen darf. Wie wichtig er ist für die Raptors. Und ich habe ja gesagt, also erstes Viertel war noch einigermaßen ausgeglichen. Und dann kam aber der große Raptors Run. Sixers sind jetzt gerade auch eher mit ihrer Bench-Einheit auf dem Feld. Viel wo von Five-Bowl. Dann ist es Scotty mit dem Fast-Break. Five-Bowl übrigens, ob er jetzt spielt oder nicht, ist eigentlich auch egal. Weil er macht halt überhaupt keine Punkte. Also den einzigen Punkt, den er bekommen hat, war der, wo er einen Dreier verworfen hat. Und dann hat Precious Achua den aus Versehen reingetippt von den Raptors. Und dann wurde das zugeschrieben als Punkt für Five-Bowl. Abgesehen davon hat er einfach gar keinen Bucket. So, und ihr seht schon, die Raptors ziehen hier weg. Und ich weiß nicht, seht ihr jemals bei den Sixers irgendwie so eine Emotion oder irgendwas? Oder irgendwas, was sie pusht? Oder ich weiß nicht, Mann. Ich kann das nicht glauben, dass die 3-0 vorne lagen und jetzt haben wir ein 3-2 und das nächste Spiel ist in Philly. Sorry, das nächste Spiel ist in Toronto. Ich finde das witzig mit den Raptors, dass sie einfach, ja, einfach so sagen, komm, fuck it, wir spielen fünf Forwards und versuchen unser Glück selbst gegen den Dominantus Big. Hier wurde Embiid komplett auch verladen. Aber das ist eigentlich auch wieder nicht seine, also was heißt nicht seine Schuld? Die Raptors spielen das einfach intelligent. Aber guck mal, also Siakam guckt halt hier Anenobi an als Shooter. Embiid muss raus. Und dann faked er bei dem Pass und spielt ihn stattdessen auf Scotty. Wir könnten ehrlicherweise jetzt schon raus aus den Highlights. Und ich sag euch, wie es ist, die Raptors werden dieses Spiel 6 gewinnen, wenn die Sixers sich weiterhin so verkaufen. Also wenn James Harden nicht zumindest mal halbwegs wieder aussehen würde wie ein All-Star, wenn Joel weiterhin diese Daumenverletzung hat, was er haben wird. Die haben schon gesagt, er wird weiterhin Schmerzen haben, man kann nichts machen, er braucht eine OP einfach nach der Saison und vorher kann man nicht viel machen. Alleine mit diesen zwei Faktoren, gepaart damit, dass die im Moment noch gar nicht die Intensität der Raptors bringen. Und wenn wir jetzt noch bedenken, dass das nächste Spiel in Toronto ist, wo die Crowd crazy ist, wo die Fans so abgehen werden und Toronto so pushen werden, dann sitzen wir hier bald und haben 3-3 und ein Game 7 in Philly. Ich will irgendwie noch nicht aus den Highlights raus, weil, I don't know, also das machen wir normalerweise nicht. Wir können doch nicht schon nach zwei Vierteln aus den Highlights raus. Aber, also ich weiß nicht, wie es euch Sixers-Fans ging. Ich hatte nicht das Gefühl nach der ersten Halbzeit, dass die Sixers hier irgendwas reißen könnten. Mir war das eigentlich ab der Halbzeit klar, habe ich gedacht so, nee, das schaffen die nicht mehr, da kommen die nicht mehr hin. Danny Green, ja, aber es hat am Ende alles nicht gebracht. Pass auf, wir klicken jetzt hier einfach nur mal durch und wir schauen nur auf den Score, ja. Hier war gerade 10 Punkte Führung, jetzt haben wir hier eine 11 Punkte Führung, jetzt haben wir hier eine 11 Punkte Führung, jetzt haben wir hier eine, was ist das, 14 Punkte Führung und dann sind die meisten Fans auch schon aus der Halle gegangen, so bei zwei, drei Minuten to go. Kann ja nicht sein, dass ich gerade ein bisschen zu hart bin mit Philly. Philly-Fans, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ich irgendwas nicht beachtet habe. Ich sage ja gar nicht, dass das alles die Schuld von Philadelphia ist. Wie gesagt, für so eine Verletzung von Embiid zum Beispiel kann jetzt keiner, wobei ich finde, er hätte trotzdem besser in der Defense sein können. Man kann jetzt auch sagen, ey, Doc Rivers, wie wäre es mal mit ein paar Adjustments, also mit ein paar Anpassungen darauf, wie Toronto eben gerade spielt und mit wie viel Energie die kommen und mit was für Spielern, die die ganze Zeit auf dem Feld sind. Dieses Five-Out, wie wäre es, wenn wir da mal ein bisschen was dagegen kontern. Wie wäre es, wenn wir viel mehr versuchen, diese kleineren Spieler jetzt dafür bezahlen zu lassen, dass sie auf dem Feld sind. Das heißt, wir bullien sie, wir drücken sie in die Zone, wir posten Embiid die ganze Zeit auf, aber dann hast du halt wieder das Problem, dass Embiid die Verletzung hat und nicht so gut den Ball gerade fangen kann und nicht so gut scoren kann. Also das ist ziemlich verfahren gerade und ey, ich will echt nicht komplett gegen Philly wetten im Moment, was das Game 6 angeht in Toronto, aber das ist schon ein Spiel, wo ich sie eigentlich nicht sehe, dass sie gewinnen können, weil wenn ich an Game 4 denke, wo die Raptors 3 zu 0 zurücklagen und das war so ein Must-Win für die Raptors und sie wollen sich nicht blamieren vor ihren Fans, was meint ihr mit was für einer geschwellten Brust, die jetzt nach Toronto gehen? Die haben jetzt einfach on the road gewonnen in Philly, was keiner ihnen zugetraut hat. Jeder hat gesagt, Philly macht das Ding jetzt zu. Und jetzt gehen die nach Toronto, haben den Sieg, haben gar nichts zu verlieren, weil dann verlieren sie ja die Serie 4-2. Das ist dann auch schon ein Win eigentlich, wenn man 3 zu 0 oder 0 zu 3 zurück lag. Aber ich glaube, die gehen in dieses Spiel, lassen sich voll von ihren Fans tragen, spielen weiterhin genau dieses System, was sich für sie auszahlt. Und im Moment hätte ich, wenn ich Toronto bin, zum Beispiel auch keine Angst vor James Harden. Es wird ein sehr, sehr spannendes Game 6 und gar nicht spannend unbedingt vom Spielverlauf, oder vom Ergebnis, sondern vielmehr vom Spielverlauf und wie sich Philly verkaufen wird. Weil darauf kommt es an, mit was für einer Intensität sie da reingehen. Und wenn die dann 3-3 stehen, holy shit, ey, dann weiß ich nicht, was in Game 7 abgehen wird. Das war es jetzt aber erstmal von mir. Danke euch fürs Zuschauen, Leute. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Peace. Peace.